Servus ihr Lieben! Endlich ist es wieder soweit. Am 25.07.2015, Kicken für Kinder in Germaring. Mir als zweifacher Familienvater liegt dieses Event besonders am Herzen, da ich der Meinung bin, dass man auch mit geringen Mitteln sehr, sehr viel erreichen kann. Also bitte ich euch, kommt und helft denen, die es wirklich benötigen, unseren Kindern, unsere Zukunft. Ich erwarte euch am 25.07.2015 in Germaring bei Kicken für Kinder. Ich danke euch!